Hallo liebe Poké-Freunde, Ubito wieder hier und mal sehen, ob Superliga Remix funktioniert. Meisterliga hat ja im Set gestern nicht funktioniert für euch. Für mich war es eben gerade das Set. Ja, tolles Server, tolles Update in Ayantek, wieder alles schlimmer geworden. Die Dioxys, ja. Da sind wir wenigstens hier. Das Schilder, alles. Diese Konterprügen haben wir schon rein, ne? Die Konterprügen sind echt rein. Geht aber nicht auf Cischu? Nein, er geht auf Dönerblitz. Ich glaube, einen mache ich noch und dann gehe ich in Bagikardax. Schade. Ja, dann muss ich eh schön runterfahren. Schade. Abfangen wäre nice gewesen. Was kommt rein? Ja, wir gehen in Bagikardax. Hallo. Na, Aquaroop jetzt überleben wir. Ja, schlau von ihm in den Visko-Gon zu gehen. Schade eigentlich. Okay, die Attacke hätte ich eigentlich bekommen müssen. Ah, schade, dass ich den Scham nicht durchkriege. Schade, schade. Ja, dann wird das ober sein. Den Donnerschlag kriegt er vor mir bestimmt, oder? Ja. Der wird mich beinahe rausnehmen. Schätze ich mal. Ja. Ja. Schön, danke. Also, es liegt nicht an der Meisterliga, sondern generell an Niantic. Man sieht's ja. Oh. Das ist das Team von gestern gewesen. Boah. Mann. Und ich muss ja auch nehmen. Das ist ja der Schlimme. So, so, in einem normalen Fall, wenn ich nicht in Lob fahren würde, hätte ich jetzt ein, zwei Sets gemacht. Und das wär's dann für heute gewesen. Aber ich muss, äh, beziehungsweise ich produziere ja vor. So, mal sehen. Mugu Hanamai. Ja, das ist ein guter Start. Und mir will irgendjemand sagen, dass das normal ist. Das ist alles andere als normal. Ja, einmal schön runterfahren. So, was kommt rein? Was kommt rein? Ich geh in Quappo. Ja, schön. Scheinbar ist der Schaden nicht angekommen. Dankbarkeit in Ewigkeit armen. Ja, Slot ist okay. Ich geh hier aber auf Siedewasser. Man kann auch nicht attackenvoll ausfüllen. Erdbeben sollte ich gerade so eigentlich überleben, denke ich mal, oder? Hoffe ich doch. Ja. Oh, ich kann voll ausfüllen. Kann ich voll ausfüllen? Ja, sehr schön. Ja, ich hätte eben auf Eisstrom gehen sollen. Beim ersten Mal. Hier muss er einsetzen. Den Kampf sollte man eigentlich gewinnen. Steinkante, ja. Ich hoffe, er schafft nicht mehr. Ja, das sollte over sein für den Gegner. Perfekt. Oh, Ricardax. Bam. Okay, er hat ausgegeben. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Vielen Dank. real. Hmm. Hm. Hmm. Oh nein, ich bin in der Meisterliga gekommen. Ups. Danke. Ja, der muss auch schön. Oh, ich habe mich verklebt. Das war nicht so geplant. Ich schwirr trotzdem. Ich schwirr der Beziehungstoß, ja. Dann ist das auch noch ein Psycho-Stoß. So, was auch immer jetzt reinkommt, muss eh schön. Oh, hallo. Ey. Das ist doch nicht wahr mit den Servern. Ja, den Kampf habe ich verloren. Ich war doch auch Superliga. Na, zeigt, dass ich mein gestliches Team. Na, ich wusste, dass er immer auf Ziehschuss geht. Hätte ich auf Nick Cross mal abgefangen. Aber naja. Was soll ich da machen? Ja, das ist verloren. Ja. Ja, das ist trotzdem verloren. Ja, das ist trotzdem verloren. Er muss da auf Raumschlag gehen. Ah, wäre ich doch in der Krasma entgegangen. Es ist halt ärgerlich, Leute. Es ist einfach nur ärgerlich. Und wird da eh schön. Wird da nicht? Dann hätte ich auch das... Wobei, die Attacke hätte ich nicht geschafft. Nein. Hm. Nein. So. Ich überlege gerade. Was hat der ja nochmal vorne? Welches Puck war der ja gegen die Alga? Überlege ich gerade. Komme ich gerade nicht drauf? Aber egal. Okay, das ist wie Elektroball. Du hast Stromstoß. Du gehst auf Energieball, dann dürftest du keine Attacke mehr schaffen. Gehe ich hier in Barrikadax, weil Energieball killt quasi mein Quapo fast. Knirscher-Senkung ist schon cool. All schon? Meteorologer okay. Eigentlich sollte noch einen überleben. Der Gegner mag kein Quapo scheinbar. So. Was kommt rein? Elektroball. Geht auch nachtieb. Reicht auch? Geht auch nachtieb. Ja, okay. Das ist natürlich mies. Hier bin ich mir nicht auf eine andere Attacke gegangen. Ich opfere Grunt wohl. Soll er einsetzen? Mir egal. Geht sogar auf Blattgeist ist ja schön. Ich werde jetzt... Würde ich einmal Blattgeist überleben? Ich weiß es gar nicht. Okay, wir werden es jetzt herausfinden. Komm, Quapo, du bist es. Hallo. Okay, nein. Schade. Schade. Wahrscheinlich, weil wir ein Krypto-Quapo sind. Hätte ich doch vielleicht mit Quapo reingehen müssen. Nein. Keine Meisterliga. Danke. Ach. Hauptsache, er ist total schwach gegen Kampf finden. Ärgerlich. Ärgerlich. Hätte ich normalerweise gewinnen müssen. Okay, gegen Lucario. Ja, das ist auch kampfschwach. Ich glaube, ich fahre mir einfach runter. Einmal schön runterfahren. Könnte Feuerkläger sein. Ah, nee, Donnerschlag kann das Vieh auch. Und tschüss. Glurak habe ich total vergessen, dass es das Vieh auch noch gibt. Ja, danke. Wieder ein bisschen voll ausfüllen. Ich gehe in Barrikadax. Ich gehe in Barrikadax. Hallo, sollte ich eigentlich überleben? Okay. Warum gehe ich dann hier drauf? Ich weiß noch nicht. Aber ich werde es gerade nicht schön. Ja, genau. Rande wohl nicht schön. Ganz wichtig. Konter. Hallo. Ja, wie soll man da vernünftig spielen können, Leute? Mal ernsthaft. Wie soll man hier spielen können? Ja, ich kriege zehn Attacken scheinbar nicht. Ich gehe natürlich auf Eissturm, aber das wird nichts. Rachenklau wird mich weghauen. Ja. Komm. Es ist so ätzend. Ja, Glurakannade haut mich auch weg. Man kann nicht vernünftig spielen im Moment heute. Oh, das ist Wahnsinn. Ja, wieder ein Einzug. Ja, kann ich nicht ändern. Ärgerlich um die Punkte. Am liebsten würde ich gar nicht mehr spielen heute. Wenn ich das hier schon wieder sehe. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.